Ist Alexander B. ein Mann der Justiz, dem man nicht vertrauen kann? Also ein Wolf im Schafspelz? Da hat sich ein Staatsanwalt offensichtlich, jedenfalls nach dem, was wir jetzt wissen, ein System aufgebaut, mit dem er Kasse machen kann, indem er nämlich Gutachten in Auftrag gibt, an denen er am Ende des Monats so rund durchschnittlich 4.800 Euro abheben kann bar. Das heißt, er profitiert selbst von seiner Tätigkeit als Beamter und alle vertrauen ihm, weil er ist ja der Gute, der gegen die korrupten und betrügerischen Ärzte vorgeht. Der ehemalige Oberstaatsanwalt sitzt jetzt auf der Anklagebank. Was hier geschehen ist, sei eine Katastrophe. So auch Alexander B.s Strafverteidiger. Er weiß, durch die Annahme von Geld, Korruption, hat er dem Ansehen der Justiz schweren Schaden zugefügt. Und das macht das Verfahren hier so besonders. Das Thema Eure YouTube-News der hessenschau rollt diesen Betrugsskandal in der Frankfurter Justiz für euch auf. Schwarzer Rollkragenpulli, dunkle Brille, schlichter Haarschnitt. Aufgeräumt tritt Alexander B. am 1. Prozestag vor das Landgericht. Seine seriöse Erscheinung, sein korrektes Auftreten zählten wohl schon immer zu Alexander B.s Stärken. Das ist vermutlich auch ein Grund, weshalb der mutmaßliche Täter seine Machenschaften jahrelang geheim halten konnte. Verantworten muss er sich jetzt. Wegen 101 Fällen der besonders schweren Bestechlichkeit, 55 Fällen der besonders schweren Untreue und 9 Fällen der Steuerhinterziehung. Mit einem Freund soll B. eine Gutachterfirma gegründet und Aufträge für Ermittlungsverfahren veranlasst haben. Von jedem Auftrag soll B. profitiert haben. Korruption. Zwischen 2015, August 2015 und Juli 2020 soll es dabei insgesamt zu 82 Zahlungen gekommen sein. Dabei handelt es sich um einen Gesamtbetrag von ungefähr 280.000 Euro, der dem angeklagten Beamten zugeflossen sein soll. Dem Land Hessen soll ein Vermögensschaden in Höhe von 645.000 Euro in etwa entstanden sein. Der angeklagte und ehemalige Chefermittler in Sachen Medizinkorruption hat sich noch nicht schuldig bekannt. Aber das ist wohl nur eine Frage der Zeit. Im Wesentlichen wird er das wiederholen, was er schon im Ermittlungsverfahren gesagt hat. Die Tathandlungen im Zusammenhang mit der Korruption werden eingeräumt. Und auch zur Untreue wird er sich auch verhalten. Der Skandal hat längst weitere Kreise gezogen. Neben dem befreundeten Unternehmer sind auch zwei seiner Mitarbeiter ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten. Dass das System überhaupt so möglich war, sei auch die Schuld der Justiz selbst, sagt Medizinrechtler und Anwalt Alexander Dorn. B. habe einfach zu viele Freiheiten gehabt. Natürlich muss ein Staatsanwalt, der über mehr Sachverständigen Kosten gebietet als alle anderen Staatsanwaltschaften in Hessen zusammen, so nehme ich das an, kontrolliert werden bei dem, was er macht. Vor allem, wenn, wie es allen bekannt war, immer die gleichen Firmen beauftragt werden. Geschädigt wurden wohl über Jahre auch Ärzte, gegen die B. wegen Korruption ermittelt hat. Unser Reporter Volker Siefert hat den Skandal eng verfolgt und weiter mit aufgedeckt. Auch er sieht den Fehler bei der Justiz aber. Die hessische Justiz hat natürlich ein Problem in dieser Form, dass es keine Revision gab, dass es kein Vier-Augen-Prinzip gegeben hat. Diese Missstände wurden abgestellt. Das ist jedenfalls der Eindruck, den man gewinnen kann, dass auch immer wieder beteuert wird. Ich glaube, die haben daraus gelernt und sehen dann sozusagen auch die Chance darin, es in Zukunft nicht mehr mit Gutachten ihren eigenen Beamten so leicht zu machen, Kasse zu machen. Wie sieht es aus mit eurem Vertrauen in die Justiz? Schreibt es uns in die Kommentare. Übrigens, es lässt sich spekulieren, dass Alexander B. das Land um noch mehr Geld betrogen haben könnte. Aber Taten vor 2015 sind verjährt. Justizminister Roland Poseck schätzt den Schaden für das Land Hessen nach eigenen Angaben auf 10 Mio. Euro. So, zum Abschluss noch mal zu Alexander B.s Eindruck vor Gericht. Gefasst wirkt er. Ich fand ihn konzentriert, auch gelöst. Er hat sogar gelächelt im Gespräch mit seinen Verteidigern. Ich hatte den Eindruck, und das hat sein einer Verteidiger uns auch bestätigt, er ist jetzt sozusagen froh, dass es losgeht. Er sitzt ja schon seit Längerem in U-Haft. Das ist natürlich für einen ehemaligen Top-Juristen im Dienste des Landes Hessen schon eine Schmach, überhaupt auf der Anklagebank zu sitzen. Normalerweise saß er ja auf der Gegenseite. Er scheint aber das Ganze gut verarbeitet zu haben. Jedenfalls wirkt er nicht wie ein gebrochener Mann. Alexander B. drohen bis zu 15 Jahren Haft. Früher war er einer der renommiertesten Oberstaatsanwälte der Frankfurter Justiz und wird vielleicht bald als großer Betrüger verurteilt. Er ist ja auch ein gebrochener Mann.